Musik Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterapeut bzw. Schilderpsychologe. Sonnenbrand, bevor wieder irgendwas geschrieben wird. Und heute geht es mal um das schöne Thema. Ich habe mich in eine verheiratete Frau verliebt. Lieber Christian, ich habe vor kurzem nicht entdeckt, schon mehr viele Videos gesehen und das pinke Buch ist bestellt. Vermute mal, das hier für dich ist aber auch, kann ich schon gleich sagen, sollte es mein erstes auch mal lesen. Der liebes Gott, ich sage, ich versuche es mal mit einer Frage, da ich zumindest teilweise aus dem Minuspol herausschreibe. Vielleicht könntest du, dass wir an YouTube wieder interessant sein. Kurz Background, Mitte 30, männlich, lange Zeit gefühlt. Krasser Pluspol, kein Erfolg bei Frauen, nie die unterwürfig. Mittlerweile ist mir aber klar geworden, dass da auch viel passive Bindungsangst unterwegs war. Aus der Ferne zu schmachten hat halt auf eine perverse Art auch Vorteile. Ja, aber nur, wenn man entsprechende Prägungen hat, aus der Kindheit womöglich. Und plötzlich, als ich endlich wirklich Kontakt mit Frauen hatte und es nette Frauen gab, die tatsächlich Interesse an mir entwickelt haben, habe ich mich total im Minuspol wiedergefunden. Ja, das geht, glaube ich, vielen so. War erstmal Schock für mich, bin mehrfach weggerannt, wollte mich nicht festlegen, noch Dinge erleben, konnte nicht bieten, was sie wollen und so weiter. Ja. Das willst du ja nicht bieten, ne? Du willst, also, das ist das Problem, wenn sich für einen stabile Beziehungen nicht richtig anfühlen, weil man sie nie hat. Sucht man immer wieder das, was einem nicht gut tut, ne? Nur, weil es sich vertraut anfühlt, ist leider genau das Problem, ne? Ja. Mittlerweile bin ich auch in Therapie, was mir schon viel weitergeholfen hat. Dominierende Emotionalübergriffe, grenzüberschreitende, gleichzeitig schwache Mutter, schwacher Vater und so weiter und so weiter. Zur aktuellen Situation. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr mit einer Frau in einer Fernbeziehung, Fragezeichen, Fernaffäre. Ich kenne sie seit knapp drei Jahren, weil die arbeitet, verheiratet, Kinder. So, Leute, ich mache es jetzt heute mal anders. Ich bin nicht mehr bereit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt diese Mail mal dazu benutzt. Ich bin einfach nicht mehr bereit, darüber zu reden. Ich habe wirklich, glaube ich, 500 Videos über drei Jahre gemacht. Und ich sehe keinen Sinn darin, ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, weil ich das auch dir sagen möchte, ich sehe keinen Sinn darin, eine völlig kaputte Beziehungssituation zu besprechen, wo nie irgendwas Gutes bei rauskommen wäre. Und ja, es kann gut mit deiner Bindungsangst zusammenhängen. Der restliche Text geht jetzt so, wie es andersrum auch ist, dass die Frau irgendwie am Start ist, aber sie will sich nicht trennen und dann ist auch dies und dann ist auch das und dann ist der Kanarienvogel krank. Und ja, wie das dann so ist. Und letzten Endes kommt man nicht vor und nicht zurück. Und wenn sie sich trennen würde und sich vollkommitten würde, ja, würde eure Beziehung womöglich wahrscheinlich auseinander gehen, weil sie eben nicht diese Signatur hat von Unsicherheit, Unklarheit. Und also insofern würde ich sagen, ja, hilft jetzt das, hilft glaube ich nichts, das 501 Video dazu zu machen. Hört auf mit Dreiecken und dann arbeite an euren Themen. Du hast ja eine gute Stelle gefunden da. Wenn du noch mehr Wissen haben willst, guck mal eine fucking Kurse. Mehr ist dazu nicht zu sagen und ich wünsche dir, dass du das gut bearbeitest. In diesem Sinne, danke für deine Frage und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.